Herzlich Willkommen! Einen wunderschönen guten Abend! Wir sind jetzt bei Air Combat für die Playstation 1. Ich habe es ja schon im Singleplayer Modus gespielt und bin vollkommen verzweifelt. Aber das klingt gut, weil ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber 16 und... Oh! Oh! Guck mal hier, eine Boeing. Ich würde irgendwas... So was Kleines... Oh! Eine Boeing? Ne, guck mal hier, die 18er, was das war. Ne. 17. Ja, 117. Ich finde das sieht aus wie eine Bo... Okay, vielleicht doch fast mehr wie ein Space Shuttle, aber... Wollen wir beide dieselbe nehmen? Ja, würde ich sagen. Also mir ist egal welche. Das wäre halt so die erste. So, äh... Okay. Aber guck mal, wollen wir nicht irgendwas nehmen, was gute Werte hat? Guck mal da unten. Ja. Dann nehmen wir einfach... Ne... 22? Glaub, das macht am meisten Sinn. Ja, komm. Komm. So, und dann... Kreis? Kreis? X? Viereck, Dreieck, Start, Select, R1, L1, R... Oh! Oh! Ne. Vielleicht... Ah, guck! Du musst mit dem Kreis drücken. X, ja. Ne, X. Ich musste Kreis drücken. Okay. Was heißt das hier? Ähm... Ah, no advantage. Ja, und zwar kannst du mich abschießen, du kannst... Wie? Hä? Ah ja, jetzt... Ne, 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 ne. Der macht sich grad fertig. Ach so, okay. So, break now. Ja, mit runter und hoch kannst du so... Ich hab Start gedrückt. Ah, okay. 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 Okay, ist aber in die entgegengesetzte Richtung, ne? Ah, okay. Jetzt, jetzt, ja. Ähm... Genau, mit hoch runter steuerst du. Und womit schießt man? Mit Kreis, äh, schießt du. Ja. Äh, mit X halt so kleiner Schuss. Mit R1 hast du Nitro. Weil... R1 ist Nitro. Ja. Also... Und äh... Viereck ist kleiner Schuss und... Äh, ich sehe dich gar nicht mehr. Ne, äh, du siehst aber einen Pfeil. Ja. Und... Und ich drehe mich jetzt aus... Und wenn du... Wenn es dann piep piep macht... Ach hier. Warning. Dann hast du mich drin, ne? Ne, hast du mich... Du bist links. Ja. Ja, ja. Aber... Genau, und das da irgendwie so... Also mach mal den großen Schuss. Wie sieht der aus bei dir? Warte. Okay, man hört es halt, ne? Ne, ne, man... Man sieht es eigentlich auch. Oder es alle. Ist alle. Das wäre krass. Also im Singleplayer kann es nicht alle gehen. So, ich gucke jetzt. Ähm... Ja, okay. Das ist aber echt eine schwierige Steuerung. Dadurch, dass es einfach unten nach oben geht. So. Und das ist Gewöhnungssache. Ah, doch. Ich habe gerade einen guten Schuss abgeschossen. Irgendwie. Hast mich aber nicht getroffen. Ja, also ich habe halt einfach einen Schuss geschossen. Das wollte ich sagen. Hä? Oh, hä? Ich... Okay. Ich habe hier einen Looping gemacht. Ich bin falsch rum. Gut. Also ich muss sagen, das Spiel ist echt gewöhnungsbedürftig. Das ist... Bisschen? Das ist... Äh... Und hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Hier ist... Okay. Äh... Ja. Okay. Ich habe es geschafft. Die Sache ist... Ja. Ja. Ja, diese Flug-Simulatoren an sich, die können eh anstrengend sein. Oh! Ich hatte dich fast. Glaube ich. Ja, ich habe es gesehen. Die Sache ist, ich kriege dich nicht einmal ins Bild. Ist doch okay. Hast du rausgefunden, wie man Nitro benutzt? Du hast gesagt, R1. Eigentlich schon. Oh, ich glaube, das war gerade Nitro. Jetzt bin ich irgendwo im Himmel. Ich konnte nicht mehr lenken. Am besten ist echt, du fliegst gerade von rechts nach links. Hm... Naja, ich weiß nicht, ob das so am besten ist. Ah, da bist du. Okay. Habe ich dich getroffen? Nein, natürlich nicht. Nee, du musst wirklich wirklich... Äh... Der muss... Ähm... Leuchten, okay. Okay. Oh! Bist du gegen die Wand geflogen? Gegen den Boden. Äh... Vor allem der Boden ist auch voll... Okay, lass uns einfach mal genau so nochmal... Immerhin gewonnen. Ich verzeichne hier jeden kleinen Erfolg. Oh! Ah, okay. Wir müssen uns erstmal ready machen. So. Ready, 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 ready. Okay. Jetzt gibt es hier den... Gegenüber. Okay. Jetzt habe ich nichts getroffen. Fuck. Ja, ich wurde getroffen. Damage. So. Ja, R1 ist immer noch Toba, okay. Schade ist halt, dass sie ja auch nicht irgendwie in diese Third Person... Third Person Perspektive... Ja, ja, aber echt. Das wäre, glaube ich, deutlich angenehmer. Ey, wo fliegst du denn immer lang? Ja, vor dir weg. Hallo? Äh... So. So, ja. Ja, mit der Textur, das ist... Aha, da bist du... Ah, Mann! Ich verkack halt immer den großen Schuss. Komische ist auch... Ja, aber... Bei dir auf der Karte wahrscheinlich als Feind... Aber ich sehe nie einen roten Punkt von dir. Hä? Wie? Kann ich nicht erklären? Ach so. Ach so. Ach so, du siehst bei dir unten rechts bloß einen weißen Punkt. Ja. So, das ist das Problem. Irgendwie fliegst du dann im Kreis und versuchst hinzukommen. So. Ja, du musst warten, bis ich wirklich komplett anvisiert bin. Okay. Was ist denn das? Aber Mann, das ist auch immer wieder schwierig, sich daran zu gewöhnen, dass man in die andere Richtung lenken muss. Also, oben und unten ist halt umgekehrt. Die Karte ist aber auch irgendwie zu klein, finde ich. Ich weiß auch gar nicht. Also, fliegen kann ich das bei mir ehrlich gesagt nicht nennen. Ich habe hier jetzt kein Flugerlebnis. Ja, ich drehe mich auch irgendwie nur. Ich bewege hier bloß so einen Kreis im Kreis. Vor allem, du siehst mich auch. Ja, weil ich halt immer wieder zu dir hinfliege irgendwie. Ach so, das ist Strömungsabriss. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Habe ich gewonnen, habe ich gewonnen? Nein, nein, nein. Nee, der fängt sich dann wieder. Siehst du, sogar Wolken hast du hier. Ah, okay. Warte, da warst du egal. So, jetzt müsstest du hier sein. Ja, bin ich auch. Okay. Draw! Okay. Das heißt? Naja, unentschieden. Hä? Du bist tot. Ja, du aber auch. Aber du hast explodiert. Ja, du wärst gleich explodiert. Okay, wir nehmen jetzt das nächste Flugzeug. Und, okay. Das könnte aber noch schwieriger werden, ne? Ja, schön. Gut. Ist ein Dart-Pfeil. So. So. Ich fliege jetzt einfach... Wo war ich? Rechts, ne? Sag ich nicht. Wieso ist mein Bildschirm... Ja, okay. Hä? Hä? Oh, da bin ich aber gut ausgewichen, oder? Kann man sagen. Kann man sagen. Kann man sagen. Lass mir doch den erfolgen. Ja, wow! Wow! Yes! Was hast du gemacht? Man muss aber auch sagen, da konnte ich wirklich nichts für. Es war einfach eine beigefarbene Textur, die dann einfach irgendwann tot war. Also, die mich tot gemacht hat. Das ist... Ich habe noch nicht mal gesehen, wie ich irgendwie näher an den Boden gekommen bin. Ja, das war unten, ne? Ja, ja. Also... Vergessen wir das einfach. Das zählt nicht. Aber allgemein hier die Grafik bei... Also, da ist das wirklich ein riesen Nachteil. Ja, gut. Toll. Wir hätten beide mal dran denken können, vielleicht auch auszuweichen, so. Wir sind gerade aufeinander zugefunden, haben es abgeschossen und dachten uns dann, ja. Nächste. Ja. Boom. Achso, die Fans zwei Sterne, das heißt wahrscheinlich, wenn du einmal leicht von hinten getroffen wirst, dass du dann nochmal einen Versuch hast, so bis du dann stirbst. Oder dass du halt zwei, drei Abschüsse brauchst. Ja, genau. Aber hier haben wir es ja ganz von Tal getroffen und da wurden wir direkt dann... Yes! Das finde ich aber unfair jetzt. Ich bin ausgewichen. Ja, aber ich auch. Nochmal mit der Seite. Und ich bin eigentlich besser ausgewichen. Ja. So. Muss das so kreis oder x drin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Lass uns mal nicht schießen am Anfang, okay? Na dann nicht. Okay. Ja, ne, doch nicht. Ja, ich habe es dir angeboten. Durchgespielt oder was? Ja. Okay, komm. Nehmen wir den hier jetzt nochmal. Soll ich denselben nehmen oder? IF2000. Okay. Okay, was niemand weiß, ich habe gerade meine Defense auf drei Sterne gestellt. Echt? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Naja, ich bin auch... Also vor allem... Wir können ja mal gucken, ob ich den ersten Schuss aushalten würde, so rein theoretisch. Hier, guck. Ich nehme den mal voll hin. Ja, würde ich nicht. Super. Was bringt diese Sache jetzt dann? Wahrscheinlich bloß, wenn du von hinten oder von der Seite irgendwie getroffen wirst. Die Sache ist auch, ich tauche direkt runter. Also ich schieße schon, während ich runtertauche. Und du bist gerade geblieben wahrscheinlich. Ne, ich wollte nach oben. Naja, vielleicht ist unten besser. Aber vielleicht habe ich auch nach oben gezielt und dann gemerkt, dass ja die Steuerung andersrum ist und dann wieder nach unten gezielt. Ah, ja doch. Ja, na ja. Genau das, was ich gerade erklärt habe. Ah, Pixelberge. Oh nein, da ist schon wieder Boden, Mann. Oh nein. Ich bin gleich wieder tot. Ey, du hast mich. Klar. Das will ich doch nicht. Hä? Ah, da bist du jetzt gleich. Da habe ich dich gleich. Da habe ich... Und bei 1000. Bei 1000 kannst du angesieren vorher nicht. Bei 1000? Ja. Was heißt denn 1000? Ach, Entfernung. Oh, was mache ich hier? Oh, oh. Oh, oh. Uh. Ja, und wie soll man dich da verfolgen? Ja. Das war gerade eher so ein bisschen Selbstmordkommando. Okay. Ja, ja, da bist du. Es hat schon einen gewissen Spaßfaktor, muss man ja sagen. Ja. Ich glaube, wenn man ein bisschen Übung drin hat, geht das. Aber die Kart ist halt viel zu... Ja, keine Ahnung. Also irgendwie fehlt hier was. Kann das sein, dass wir beide einfach im Kreis fliegen? Ja, ich habe gerade so eine richtige Claw-Haltung irgendwie auf dem Kontrollleuchspiel. So. Ja. Weil ich einfach so beide Tasten gleichzeitig drücken will. Ah, okay. Okay. Komm. Ist halt auch, wenn du eine Kurve machen willst, nimm keinen Nitro. Ich benutze nie Nitro. Ah, guck mal. Jetzt hier Nitro, 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 Nitro. Ich habe mich durchgeglitscht irgendwie anscheinend. Oh, ich finde es auch gleich raus. Ne, doch nicht. Hey, wo bist du? Im Himmel? Bist du tot? Ich sehe dich aber auch nicht. Okay, ich fliege... Äh, hä? Ich checke es nicht. Ah, da bist du irgendwo. Da. Hä? Hä? Also es ist ja... Ah, und du hast mich getroffen. Ja, siehste. Ah, da. Da bist du runter. Deswegen eigentlich das Sinnvollste, was du... Tja. Sinnvollste, was du machen kannst, ist bis zu einem Ende zu fliegen, dort umzukehren und dann... Was sind denn hier überhaupt Enden? Ja, bis kurz vorm Felsen. Ich kann das so gar nicht lenken. Ich gehe einfach bloß im Kreis irgendwie und dann... Aha, da hat mich jemand im Visier... Oh, begeg ich mal Selbstmord? Lustig mit anzusehen. Ah. Du bist mir fast reingeflogen. Das wäre cool gewesen. Ja, aber passiert leider nichts. Echt, ja. Okay. Oh, 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 oh. Deswegen, ich fliege immer bis zum Berg, mache da eine Kurve. So wie du mich gerade... Ich glaube, ich mache... Oh, da ist ein Felsen. Da ist ein Felsen. Ja, ich sehe es. Wieso sagst du zu mir Achtung? Naja, ich sage generell Achtung. Achso. Attention, please. Ja, das ist... Ja, und so saß ich im Singleplayer da. Ja, also... Ich habe einfach nur gedreht. Kein richtig Spaß zu machen. Das ist ein Bild. Ähm. Ja, du so. Geht es Frauen und Kindern. Ja, ja. Muss, muss. Und bei dir. Ja, ja. Aha. Oh, das war gerade die Action des Jahres. Dass ich dich mal kurz um ein Bild gesehen habe. Echt? Oh, man. Vielleicht sollten wir auch mal entgegengesetzt fliegen. Ich hoffe, du hast jetzt nicht... Hast du auch umgedreht? Nein, 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 nein. Oh. Ey, Mann, das ist ja wirklich ein Ding. Das geht ja gar nicht. Ah. Ja. Da warst du groß, ja? Da warst du. Oh. Oh, ich habe hier einen 360er gemacht. Also... Oh, okay. Das war knapp. Ich bin auch... Ich bin auch gar nicht ausgewichen. Aber hat irgendwie anscheinend ja auch gar nichts geändert. So. Ähm. Hä? Was ist das für ein Manöver? Das war ein Verwirrungsmanöver. So. Okay. Draw. Gut. Okay. Würde ich sagen. War es das damit. Mit der Aufnahme. Also wirklich, das ist rein. Ja, ja. Das zieht sich so in die Länge hier. Vielleicht gibt es da auch Meisterschaften irgendwo in Deutschland. So Plan-Partys, wo sie alle nur so da sitzen. Irgendeiner, der es sich gekauft hat, als es rausgekommen ist und seitdem nur noch dieses Spiel spielt. Fan-Club, ja. Fan-Club. Wir sind eine Person. Hast du das einzige Poster, was das von dem Länge gibt, so an der Wand hängen? Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Ansehen. Wenn es euch wieder gefallen hat, sehr, sehr gerne. Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Multiplayer-Videos. Frontschweiner hat mir bisher am besten gefallen. Ja, mir auch. Ich weiß nicht. Also wir haben ja heute auch dieses Tekken gespielt, aber damit bin ich noch nie so wirklich warm geworden. Nee, nee. Also wir haben noch viele interessante Spiele folgen, aber das war es jetzt für diesen Part. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.